Hallo ihr Lieben, heute habe ich euch diese Gleichung mitgebracht, die wir im Kopf lösen sollen. Ich möchte euch zwei verschiedene Wege zeigen, wie man hier rangehen kann. Lasst uns mal mit dem ersten starten, indem wir uns erstmal anschauen, was wir hier überhaupt vorliegen haben. 4 hoch 4 minus x hoch 2 gleich 1, also eine Zahl hoch irgendetwas gleich 1. Da könnte man vielleicht wissen, dass eine Zahl hoch 0 immer gleich 1 wird. Egal welche Zahl hier steht, 8 hoch 0 ergibt 1, 7 hoch 0 ergibt 1. Egal wie furchtbar die Zahl hier unten aussehen sollte, sobald ihr hoch 0 nehmt, kommt da immer gleich 1 raus. Und deswegen sind wir eigentlich schnell fertig, denn das Ganze drumherum interessiert uns gar nicht. Wir nehmen uns nur den Exponenten. Wir wissen, der muss gleich 0 sein, denn nur so kann da 1 rauskommen. Und dann haben wir hier eine kleine quadratische Gleichung, die wir nach x umstellen können, indem wir plus x hoch 2 rechnen. Das Ganze machen wir natürlich im Kopf, aber ich schreibe es hier natürlich für euch auf. Dann steht die 4 auf der linken Seite alleine. Rechts haben wir nur das x hoch 2 stehen. Und um diese Gleichung jetzt nach x aufzulösen, muss das Quadrat noch weg, also wir ziehen die Wurzel auf beiden Seiten. Dadurch erhalten wir bei einer Gleichung zwei Lösungen. Einmal eine positive Wurzel von 4 ist 2. Und dann noch die Minuswurzel von 4, was eben minus 2 ergibt. Und damit haben wir unsere beiden Lösungen gefunden, indem wir einfach nur uns den Exponenten angeschaut haben. Ein zweiter Weg führt über die Exponentialgleichung und den Logarithmus. Ob man das lieber hat, sei mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wir sehen ja, dass das x im Exponenten vorkommt. Das heißt, hier liegt eine Exponentialgleichung vor. Und um eine Exponentialgleichung zu lösen, können wir den Logarithmus anwenden. Um dieses 4 hoch wegzubekommen, also um diese 4 hier wegzubekommen, dass das x nicht mehr im Exponenten steht, können wir einfach auf beiden Seiten den Logarithmus anwenden. Und am besten direkt zu der Basis, die hier eben steht, also zur Basis 4. Denn der Logarithmus zur Basis 4 löst diese 4 hier auf. Das heißt, auf der linken Seite steht dann nur noch das, was im Exponenten stand. Aber nicht vergessen, dass wir das auch auf der rechten Seite anwenden müssen. Also den Logarithmus zur Basis 4 von dem, was da stand, von der 1. Jetzt sagt ihr wahrscheinlich, ja toll, jetzt haben wir hier einen Logarithmus in dem Ganzen drin. Wie sollen wir den denn berechnen? Aber hier ist der Logarithmus von 1. Und der Logarithmus von 1 ist immer gleich 0. Egal, welche Basis ihr hier stehen habt. Ob ihr den ln von 1 berechnet, ist immer 0. Den Logarithmus zur Basis 1000, ist völlig egal, von 1, ist immer 0. Deswegen steht auf der rechten Seite einfach gleich 0. Also unsere Gleichung ist tatsächlich genau die, die wir eben auch hatten. Natürlich, es muss ja auch dasselbe rauskommen. Die können wir dann genauso lösen. Und auch hier erhalten wir eben 2 und als zweite Lösung minus 2. Und damit haben wir die Gleichung auch auf diesem Weg gelöst. Dann schreibt gerne mal in die Kommentare, welchen Weg ihr schöner fandet. Oder ob ihr noch einen ganz anderen gefunden habt. Ansonsten habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!